Viele Grüße aus Neuseeland. Wir sind hier in einem Kiwi-Nest. Stimmt das? Ja. Ich glaube, das ist keine Kiwi-Feder. Schade. Ich stecke sie wieder zurück. Okay. Wir sind am Ende der Welt angekommen. Das ist blau. Und wir fühlen uns sehr wohl. Das Ende der Welt ist viel schöner, als man es denkt. Eigentlich denkt man ja, das Ende der Welt sieht aus wie das Ende der Welt, aber es sieht ganz toll aus hier. Es sieht aus wie ein Kiwi-Nest. Genau. Viele Grüße. Tschüss. Tschüss.